Wollt du jetzt bombastische Traumhochzeit? Morgen, Mama. Schleichst du dich gerade weg? Ich schleich nicht. Ich fühl mich ein bisschen benutzt. Was? Die Oma ist hier. Welche Oma? Aus Indien. Scheiße. Deine Eltern heiraten. Was? Wir sind doch gar nicht mehr zusammen. Heiraten hält sich irgendwie total anstrengend. Denn ich verkaufe mein Haus. Du kannst doch nicht einfach das Haus wegnehmen. Und wo sollen wir jetzt wohnen, bitte? Das ist Erpressung. Ja. Wir machen Indien-Hauxite. Wann lerne ich ihre Eltern kennen? Frag doch mal deine Miete. Ihr müsstet für Roberts Eltern einspringen. Am Freitag. Nee, das spielt Union gegen Dynamo Dresden. Karim und du? Ist nichts. Das ist einfach nur nett. Schon cool, dass dein Ex überhaupt mitmacht. Es geht auch um seine Wohnung. Ich bin raus. Und wer soll jetzt Mina versorgen? Ich bin doch nicht alleine für sie verantwortlich. Wenn du mich nicht mehr heiratmest, dann fang ich dann an. Nein! Mann! Family Business! Das wird voll schön. Und es geht auch nur eine Woche lang. Eine Woche lang? Das finde ich jetzt aber auch ein bisschen krass. Ja. 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 Ja.